So, es fängt ja bereits an, äh, Gestalt anzunehmen. Okay. Oh, cool. Ich hab ne Echse erwischt. Und ich hab einen Echsenkopf. Ich frage mich, ob der eine Kopf noch da ist. Ich mein, ich seh ihn nicht. Naja, ist ja nicht schlimm. Oh, ich sollte vielleicht die Baumstürme liegen lassen. Äh, stehen lassen. So, ich war an dem großen Baum hier. Für die Hütte. So. Ich frage mich, ob das bei dem auch so lange dauert, obwohl der ja relativ dünn ist. Dann müsste es ja eigentlich schnell gehen. Auch wenn ich gerade kaum Energie hab. Komm schon. Komm schon. Und weiter. Okay, erst mal was trinken. Drink. Noch ist da ja was drin. Also muss ich noch nicht wieder auffüllen. Ich hab auch erst mal genug Nahrung. Komm schon. Und wenn ich nicht genug Nahrung hab, dann kann ich ja irgendwie so... Kleintier oder Vögel. Stimmt ja. Ähm, da... Die kleine Survival-Hütte. Das ist ja ein... Das ist ja ein ziemlicher Vogelmagnet. Das heißt, die kann ich benutzen, um Vögel anzulocken. Eine gute Vogeljagd. Und wenn ich da ganz rückvorsche und die Vögel kommen, muss ich die einfach nur noch mit der Axt erwischen. Mann, Mann, Mann. Braucht aber ganz schön lang der Baum. Na, komm schon. Dich erwische ich auch noch. Vielleicht sollte ich's mal von einer anderen Seite versuchen. Ähm... Na. Jawoll! So. Und gibt 5 Holz. Ich glaub, der sollte eigentlich 6 Holz geben. So wie es da aussieht, scheint der eigentlich 6 Holz zu geben. Aber ein Baumstamm fehlt. Naja, ist nicht schlimm. Sind ja noch genug Bäume hier. Die wachsen ja auch wieder nach. Hab ich ja extra so eingestellt, dass die Bäume nachwachsen. Ich mein, wenn sie nicht nachwachsen würden, dann würden wir ja irgendwann die Ressourcen ausgehen. Denn außerdem wäre das ja unrealistisch, wenn nix nachwachsen würde. So. Es wird dunkel. Ich gehe jetzt schlafen. Du kommst als nächstes dran. So. Ich kann noch nicht schlafen gehen. Bäh! Dann kommst du halt jetzt dran. So. Du wirst gefällt. Trecep collected. Oh gut, so kann ich meine eigenen Baumfarmen machen. Irgendwann mal. So. So. Baumfeld! So. Hier Holz. so und platziert so ihr zwei kommt auch noch her platziert eine feder ich kann immer noch nicht schlafen gehen es ist dunkel und ich kann nicht schlafen gehen feder blöd naja dann muss ich wohl weiter holz sammeln andere seite na komm schon du willst doch wohl noch den baum baum fällt ja viel stück reicht ich werde noch einige bäume für die hütte fällen müssen aber das lässt sich ja regeln na ich komme der schlafenszeit immer näher es ist dunkel und ich denke ich hätte vor dem schlafengehen noch was essen müssen ganz ruhig ganz ruhig kumpel die achs sieht ziemlich kaputt aus und das ist ein sehr dicker baum da ist direkt daneben ein zweiter baum gewachsen 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 so okay die sind platziert dann hole ich mir die beiden da jetzt auch noch low energy okay okay ah die ersten planken aber ich kann noch nicht drauf laufen so 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 eins reicht ja erst mal so so ups jetzt hab ich idiot das feuer ausgemacht so 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 close naja ist zumindest das weg okay um ach was solls ich pack das andere auch noch mit mit rein jetzt muss ich einfach nur ein wenig warten was fliegt da entlang ok sleep controls hm schon jawoll Das muss erst mal reichen. So. Rein da. Nein, komm wieder her. Also entweder ist die Axt einfach nur blöd bespreisst, oder die geht ihrem Ende nicht gegen. Das sieht aber mehr nach Blut aus. So. Ah. Das Fleisch ist fertig. So. Deshalb sah der Baum so dick aus. Weil da direkt ein zweiter neben stand. Okay. Baum fällt. Oh. Und was für einer. Oh. Ein großer Baum. So. Okay. Dann wollen wir mal weitermachen. Na. Komm schon. So geht's. Ja. Jetzt fällt's nicht langsam. So. Jetzt nehme ich mir den hier vor. Komm schon. Triff. Genau. So. Und Baum fällt. Ha. So langsam bin ich geübt in Bäumefällen. Monster. Kill a bunny. Ich hab ein Kaninchen getötet. Wo? Ich seh kein totes Kaninchen. Naja. Es kommt langsam. Baum. Nächster Baum. So. Baum fällt. Baum fällt. So. Drei. Stück Holz. Okay. Ist ein bisschen wenig, aber okay. So. Es füllt sich immer weiter. Hm. Und da sind wir beim nächsten Stück Holz. So. Einfach mal durchlatschen. Weil juckt ja. Noch ist das Ding ja nicht massiv. Ich weiß dann auch schon, wo der Eingang ist. So. Jetzt bist du dran. Und komm schon. Komm schon. Es scheinen Ameisen oder Termiten dran zu sein. Baum fällt. Der ist wunderbar gefallen. So hab ich gar keinen langen Weg. Ja und es sind nur noch 13 Stämme übrig. Die ich sammeln muss. Jetzt w餘 noshis. Dann w Ooh.